Hero-Kraft-Projekt vom Netzwerk Hero Wars vorbereiten Part 1 Am 16. Dezember startet das Hero Wars Projekt Hero Craft. Verschiedene Minecraft-Streamer stellen sich einer riesigen Überlebenswelt. Sie bauen Basen, schließen Freundschaften, kämpfen gegeneinander und haben jede Menge Spaß. Und das Beste, ihr könnt während dem Projekt im Zuschauermodus zusehen, auf dem Server Hero Wars. Zudem gibt es verschiedene Superhelden-Elemente, wie neue Waffen, sodass die Streamer jede Menge zum Erkunden haben. Im nächsten Part starten die Vorbereitungen, also schaltet wieder ein, wenn es heißt.